Hello, es ist Zeit für sauberes Bettchen. Naja, um ehrlich zu sein, hatten wir nicht so Bock. Aber was muss, das muss. Ich stelle es meistens immer auf die Seite. So kann ich es richtig easy peasy abziehen. Voila. Jetzt noch schnell den Reißverschluss bei der Liegekuhle aufmachen und schon ist der Wechselbezug ab. Dann sauge ich den ganzen Schmutz ab. Zum Glück haben wir einen Schmutz- und Nässe-Schutz. Also kann unser Innenkissen gar nicht schmutzig werden. Übrigens sehr geil, wenn die Hündin läufig ist oder wenn man einen Welpen hat. Oder wenn man keine Lust auf Matsch und Sand hat. Ab geht's, los geht's. Jetzt machen wir die Liegekuhle in die Mitte und machen es mit dem Reißverschluss zu. Dann wird der Schwimmreifen draufgeworfen. So will es das Gesetz. Kurz nochmal drauflegen, als wäre es eine Matratze. Ganz normal. Und dann kicken die Glückshormone, aber anders. Danke an meine Hunde für diese große Hilfe.